Aber wo? Das ist da oben unser Hauptausgang. Aber wo führt das hier hin? Du merkst es. Okay, da ist ein Schalter. Und da sind Puppenbeine. Puppenhände. Kriege ich das irgendwie auf? Das tue ich. Genau. Aber machen kann ich da nichts. Kann ich da irgendwas machen? Was machst du da? Da kann ich auch nichts machen. Hm. An dem Schalter. Okay, das ist ein Verbrennungsofen. Six, ich warne dich. Was mache ich hier dran? Ja, was soll ich jetzt hier drin? Den Arm? Ja, was ich jetzt hier drin soll? Hm. Brabe Six, dass du da nichts gemacht hast. Ich habe zwar keine genau Ahnung, was es damit auf sich hat. Ah, kann es loslassen. Kann es loslassen. Ich würde sagen, wir machen diese Dinge einfach mal zu. Mir scheint es nicht sicher über die Dinge auf. Gut, das sind diese... Ja, was... Was will ich hier? Ich hoffe nicht, was ich hier unten will. Ja, keine Ahnung. Vielleicht für später. Haben wir mal einen Raum gefunden, der dir einfach nichts bringt. Okay. Wait. Wait. Hey. Doch, der bringt mir was. Doch, natürlich bringt der Raum mir was. Ich... Ich glaube, ich weiß, was der Raum ist, ne? Ja. Ich glaube, ich weiß, was der ist. Der ist wieder Spielzeug. Der ist weg. Ja, ist okay. Du hessiges Arsch. Du Esel. In den beiden Viechern war ja nichts drin. Ich hoffe, meine Idee ist damit richtig. Ich... Ich sollte die Viecher rauswerfen, ne? Ich sollte die Viecher rauswerfen. Ich sollte die Viecher rauswerfen. Meine Idee ist richtig. Ich glaube, ich konnte das sogar sagen, wenn das die Wartel ist, ne? Weg, du scheiß Hund. Uff. Halt die Schnauze. Rein mit dir. War ist das überhaupt rein, der Fettsack? Ich bin mir nicht sicher. Jo. Gott, das ist gruselig. Adieu. Nur ein Schlüssel ist mir durchgegeben. Okay, Sex. Hä, was ist der Schlüssel jetzt? Ich sag jetzt nicht, der ist für die Tür da oben, oder? Doch, der ist ja für die Tür da oben. Stimmt. Unser Weg ist ja der Fahrstuhl. Nicht die Tür. Unsere Mission ist den Fahrstuhl zu öffnen. Nicht diese Tür hier zu öffnen. Habe ich recht? Ja. Okay, komm her. Komm her. Oh ne. Komm her. 8, 2, 3, 6. Da geht's durch. Gehst du mir ne Räuberlätter? Ja, das ist schön. Ich guck mich um, was hier ist. Puppen. Warum ist... Warum ist die festgeschnallt? Gut. Ich weiß warum. die festgeschnallt ist. Ich weiß warum die festgeschnallt ist. Okay, geht ja leider geschafft. Kleines Mistviech. Ah, die kommt hier hoch. Tja kommst du nicht durch, ne? Kannst du nichts machen. Kleiner. Pfff. Gefällt mir nicht. Okay. Okay, das war's nicht mit der Hand. Okay, das war's nicht mit der Hand. Yo, chill doch. Chill doch, du kleine Dreckshand, ey. Okay. Okay. Die reagiert nicht allergisch auf Licht. Oh nein. Jetzt geht das schon wieder los. Ah nein, du keine Drecksackhand. Ah nein, du keine Drecksackhand, du. Nein. Ab in den Müll, wo du hingehörst. Kleines Drecksviech. Was ist das für ein komischer Kult, ey? Gott. Sein Ding ist dann wieder von denen. Und durch da. Ja, oder sollst du recht mal? Ja. What the fuck are you doing? Die bericht aber die Finger von den Puppen um. Auch nicht schlecht. Also, eine Sicherung haben wir schon mal, glaube ich. Gut, ich kenn mich aus. Ich weiß, was zu tun ist. Der bleibt liegen und der tut nichts. Komm mit. Du kommst schön mit. 6. Da ist die andere Sicherung. Ich weiß schon, wie man da hinkommt. Ich kenn den Part. Ich finde ja doch, dass es so früh kommt. Hier ist das. Hier ist das. Das ist das. ist mies weil das mit dem leuchten mit dem stick echt asozial scheiße schwer ist komm ich an dem verweisung halt dein schnauze halt dein schnauze gehst du weg gehen sie auf abstand das geht ja noch weiter ich weiß nicht was mit dem leuchten und dem stick ist beschissen gemacht wo muss ich hier lang sagt nicht das ist anders wie in der demo das ist tatsächlich nicht du lässt da an der ecke mein freund haben wir uns verstanden kommen die viecher ja eh nicht durch schön dass der wichser einfach immer noch in der luft steht ok ich habe einmal kurz leuchten muss man da also durch sprinten ist da nicht hier ja hier ist durch sprinten erlaubt ist okay auch zu laufen junge was ich muss davon ja doch ich muss ich muss da ich muss da leute da muss ich leute irgendwas gucken wir jetzt dieses mal mit leuchten ja seh das weiß nicht sprünt der ohne taschenlampe schneller shut the fuck up halt dein schnauze kleiner hund du ihr bleibt alle da wo ihr seid ihr das licht ihr bewegt euch nicht weg habt ihr mich verstanden ihr bewegt euch nicht von der stelle in der kleinen snitches ich hoffe ihr solltet euch mal mit dem damen hochziehen dankeschön oh Gott wie ich diese puppenviecher hasse eine Toilette sehr sehr schön das war so ein richtig ätziger part ach blatt ach ja ich liebe es und die für hier ist natürlich nicht mit licht abzuschrecken aber konnte ich mich da eigentlich einfach durch wahrscheinlich nicht ach komm alter dieser puppenviecher ist echt gut das vorige und dem schlagenden viecher war echt noch stressiger ich weiß gar nicht wo die rauskommen ich weiß gar nicht wo die rauskommen hoch 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 doch ihr kommt doch jetzt nicht hoch so ne only gott Ah, hier ist das. Gut. Wisse das auch, was hier hinten ist? So. Gucken wir mal direkt mal weiter, was hier ist. Bruh. Erstmal nicht treffen, Perkins nicht. Hm. Okay. Gut. Das weiß ich auch. Der Anfang wusste ich, das Mittelteil wusste ich nicht. Das hier kann ich nicht. Und was nach dem Ding kommt. Bewegt das sich? Nein, genau das tut es eben nicht. Das bewegt sich nicht. Es kommt nicht. Ey. Arschloch. Kleiner. Kleiner Pisser, du. Komm schon nicht. Du komm schon nicht weg, du kleiner Pisser. Dann musst du stehen bleiben, dann ist du kleiner Hund. So. Ach du Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Leck mich am Arsch. Ach du heilige Scheiße. also, mysteriesig. nehmen einen anderen den scoopen.